Von wo kommen die hergefallen? Und warum fallen die überhaupt von Himmel? Die Fähigkeiten sind nicht nur zu überleben gut, sondern auch um zu gucken, wo die Gegner sind. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie der mich erwischt hat, aber kann nichts machen. Ich soll ein bisschen vorsichtiger sein. Ich glaube, ich werde zu übermütig. Oh, he's hurt now! Goddamn him! Hey, hey! Shoot him! Damn! Murderer! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, Gott. Ich hab's gar nicht gesehen, auf jeden Fall. Ich hab's gar nicht gesehen, auf jeden Fall. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, schon wieder. Was ist da los bei mir? Wahrscheinlich ist es so riesen, irgendwie, die so katastrophisch ist um mich rum, ne? Und ich hab nichts mit. Ich hab's gar nicht gesehen. Also, mit schon wieder meinen, einen Kacken oder Feuerwehr oder Polizei. Irgendwas davon. Ich hab' keine Ahnung was. Ich seh's ja nicht. Ich hör's ja nicht. Und ich meine, man kann das vom Geräusch unterscheiden, ich weiß aber nicht wie. Ja. Und jetzt muss ich... Wohin? Was soll ich hier machen? Oh Gott, also ey, ich bin so unglaublich blind, ich hab das Spiel zu tun mir geschickt, glaub ich. Once I removed it, my path was pretty clear. Now I'm gonna hurt you, man! This asshole has a death win! This asshole has a death win! Gelber treufe, schön zu wissen. So I proceeded onward and realized that that way just wasn't gonna work. I needed an alternative path forward. Auf jeden Fall mal, wie es einfach alles... ...irer Aufbauleiter, das ist echt. Ziemlich premium. Ziemlich mit ihm. Zu mir. Zu mir. Ziemlich mit ihm, du kriegst. Mal gucken. Weil ich, ganz ehrlich, ich bin hier total orientierungslos. So. Glücklich habe ich eine Kabe gefunden und als ich meinen Weg zurück nach dem Bruch sah, habe ich etwas, das mich interessiert. Ähm... Muss ich... Vielleicht hier irgendwo und so, ne? Ich habe keine Ahnung. Alter, what the fuck? Will ich jetzt nicht fangen? Nein, ich bin tot. Als ich soll hier rüber. Gott, ich kenne mich sowas. Wahrscheinlich, ist jetzt hier gerade so vor dem Bildschirm und deckt euch so, heimgott, ganz ehrlich, Jerry, ne? Das ist so unglaublich einfach, den Weg zu finden. Aber du bist ja irgendwie ein bisschen blöd, ne? Und ich würde mir wahrscheinlich... Ich werde mir wahrscheinlich selber denken, wenn ich dann noch ein bisschen drüber schaue. Aber ganz ehrlich, Jerry, du bist schon ein bisschen behindert, ne? Das war ein bisschen drüber schaue, und es geht schnell wie schnell. Ich musste es holen. Ich musste es holen. Geh! Geh! Das hätt ich jetzt schneller sehen müssen. Ich weiß, was ich zufrieden war, dann, endlich, in der letzte Moment. Oh. Natürlich bin ich erfolgreich, oder sicherlich nicht zu sprechen mit euch hier heute. Natürlich habe ich das letzte Dynamite gedauert. Hey! Okay, einfach über die Brücke? Oder was? Nein, nicht über die Brücke. Oh, fuck! Ach, lol, ist das wieder die Indianer? Oder sah das Kanus aus? Lol. Alter. Okay. Ich übertreibe vielleicht, ganz klein. Spisch. Ne? Ja, sind die, ja. Wo sind die denn? Alter. Gut. So. Aha. Okay. Es war in diesem Tunnel und ziemlich gut schildet. Und Ende. Oder auch nicht. Oh Gott, nicht im Ernst. Das gibt's doch nicht. Schon voller Vorfreude auf den Kampf gleich. Alle Gott, hier, das gibt's grad nicht. Was für ein Glück, wer wieder fährt, ne? Oh Gott, nein. Biete nicht. Ich will nicht. Ein Kaktus ist keine gute Deckung. Ich muss näher ran. Oh Gott. 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 ohne spaß ja genau ist klar hier so ist es wieder ein bisschen neues damit warten acht auch drei reichen